Musik Die schwächsten Teilnehmer im Straßenverkehr, das sind Kinder. Mit diesem Bewusstsein veranstaltete die Marktgemeinde Gradweinstraßengl am 4. und 6. Juli ein Kinderstraßenfarbenfest. Ausschussübergreifend haben hier Verkehrsausschuss und der Fachausschuss für Jugendbildung und Sport ein kunterbuntes Straßenfest organisiert. Wie ist es zu diesem Projekt gekommen und was ist daraus entstanden? Also relativ einfach, es war eigentlich eine Bürgerinnenidee, wenn ich so sagen darf, vor allem von Christian Prates, der mit mir einmal darüber gesprochen hat. Du Gernot, wir haben da wirklich eine problematische Situation, eine 20er Zone, sehr viele Kinder da am Goethe am Ring und die Leute fahren ja trotzdem relativ schnell und vor allem in den Gefahrenzonen. Und da haben wir uns gedacht, relativ einfach machen wir was, was Cooles, was den Kindern gefällt und was vielleicht auch darauf aufmerksam macht, liebe Leute, da sind Kinder. Und darauf sind wir gekommen und dann bemalen wir diese Straße eben bunt, dass das extrem auffällig wird. Und so ist es dann auch passiert. Wer war an der Umsetzung des Projekts beteiligt? Ja, es ist im Grunde, wie üblich in Jugendangelegenheit, das Kick-In-Team natürlich. Und dann haben wir aber verzweifelt nach einer künstlerischen Leiterin, nach einem künstlerischen Leiter gesucht. Und da hat sich dann die Elisabeth Sebastiani angeboten, die durch das Farbenfest, das schon bekannt ist in der Gemeinde. Und die hat dann gesagt, ja, sie macht da gern mit und sie organisiert. Und so ist eigentlich aus einem kleinen Farbenfest ein Zwei-Tages-Fest gekommen mit vielen, vielen Kindern. Im Endeffekt waren fast 400 Kinder an zwei Tagen da, die gemeinsam mit Elisabeth, mit den Lehrerinnen und Lehrern das Ganze umgesetzt haben. Und das war natürlich erstaunlich. Hat aber mein Budget auch natürlich von Anfang an gleich gesprengt, weil das war nicht vorgesehen. Aber das Ergebnis, das man dann sicher sehen kann, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Herr Brates, Sie waren Ideengeber für dieses Projekt. Wie ist es dazu gekommen? Dazu gekommen ist es, weil wir hier leben, der Julian und ich, und das schon sehr lange. Und der Meinung sind, dass wir hier noch ein bisschen mehr brauchen für die Verkehrssicherheit. Und dann haben wir darüber nachgedacht mit den Gemeindevertretern, was können wir machen. Und sind unter anderem auf die Idee gekommen, so ein Farbenfest zu veranstalten. Und wie sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Wie bist du damit zufrieden, Julian? Ja, es ist super geworden. Du hast ja auch mitgearbeitet, gell? Ja. Was hast du gemacht? Einen Aal, eine Choralle und Punkte. So haben wir vier Volksschulen mitgemacht. Die Musikmittelschule in Gratwein hat mitgemacht. Und die Schülerinnen und Schüler haben sich gemeinsam mit den Pädagoginnen und Pädagogen ein Farbkonzept überlegt. Und du hast gemacht, Julian, unter Wasser welten das Thema, gell, mit deiner Klasse? Genau. Lisa Sebastiani, bekannt seit dem Farbenfest im Park in Judendorf, hat auch hier bei der Organisation zwischen den Schulen geholfen. Und war die Schnittstelle für alle Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler. Ja, das stimmt. Und somit ist heute unser Farbenfest 2.0 entstanden. Und das war wieder ein sehr schönes Erlebnis. Diesmal nicht tanzen, sondern diesmal haben wir alle die Farbkübel gemischt. Und es wurde ein bunter, kunterbuntes Fest. Letzte Schulwoche, wie ist es dazu gekommen, dass sich so viele Schülerinnen und Schüler beteiligt haben? Ja, es hat mehrere Besprechungen gegeben im Hintergrund und wir haben dann die Schulen kontaktiert. Wir haben mit den Direktorinnen und mit den Kollegen und Kolleginnen der einzelnen Volksschulen gesprochen und besprochen, ob sie sich das vorstellen könnten. Und es waren dann alle relativ sehr schnell dabei bei der Idee. Und so ist es dazu gekommen, dass am Montag und am Mittwoch jeweils fast 200 Schüler und Schülerinnen hier in Judendorf am Ring und in der Goethe-Straße sich verwirklichen konnten. Und es sind ganz tolle Ideen entstanden. Jede Volksschule, ob jetzt Gratwein, Judendorf, Schierning oder Rhein, hat ihre eigene Idee mitgebracht. Und so haben wir eine Unterwasserwelt. Wir haben 100 Wasser von der Volksschule Judendorf. Die Volksschule Rhein hat Bienen zu uns mitgebracht. Und auch von der Musikmittelschule Gratwein sind tolle Ideen entstanden. Wir haben Diamanten jetzt am Ring. Wir haben die Körperwelten der 4C. Und letztendlich auch von einer anderen Musikklasse tolle Ideen, die man sich aber bitte bewundern sollte. Der Foodtruck von Christine und Tour und der Gelato-Eiswagen verwöhnten Kids und Erwachsene mit allerlei Köstlichkeiten. Und bevor auch wir vom WebTV-Filmteam diesen Gratis-Service der Gemeinde samt Erfrischungsgetränken in Anspruch nahmen, hat Reporterin Beryl Schelch noch mit Hanna, Mirella und Anna-Luise ein Interview geführt. Hanna, wohnst du auch da in der Umgebung? Und findest du das, wenn du hier wohnst, eine tolle Idee? Ja, also ich wohne da hinten und ja, ich find's eine tolle Idee, weil ich muss manchmal lächeln, wenn ich die Zeichnungen sehe. Die Mirella ist auch fast Anrainerin hier in dieser Siedlung und hat mit ihrer Klasse auch zu diesem Projekt beigetragen. Was habt ihr gemalt? Wir haben unseren Körper gemalt, also wir haben so Schablonen von unseren Körper gemacht und auf der Straße gemalt, mit Kreise und haben halt die Farben von Italien genommen, weil wir letzte Woche in Italien waren und haben halt dann unseren Namen und so auch drauf geschrieben. Also haben wir Rot, Weiß und Grün genommen. Und wie gefallen dir die anderen Bilder? Mir gefallen sie sehr gut, vor allem die da vorne, da sind so schöne Farben auch verwendet worden. Musik Übrigens, der nächste Jugendsprechtag findet am 13. Oktober im Jugendtreff Click-In statt. Deine Idee, dein Projekt. Erzähle es uns. Musik Musik Dirk 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 Untertitelung des ZDF, 2020